Ich fange gerade von hier unten auf, und zwar ganz einfach aus diesem Grund, da kann immer ein Vogel vorbeifliegen. Wir haben den 3. September 2022 und zum Teil, das geht dann so schnell. Ich sehe ihn und die gehört mir oft. Ich sehe ihn. 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 Hier war jetzt etwas. Jetzt ist er aber ganz schnell hoch. Er hat sich neu positioniert. Ich schaue, ob ich ihn noch verwischen kann. Also verwischen, ob ich ihn noch vor die Kamera bekomme. Hier ist er. Nein, das ist die Amsel. Die Amsel war schon lange auf. Opa. Aber jetzt sehe ich sie nicht. Doch, jetzt hat man sie ganz kurz gehört und wenn man sie für einen Moment gehört hat, dann konnte ich sie vielleicht noch einmal aufnehmen. Vielleicht schaffe ich das so. Gut. Hier ist sie. Das sind zwei vielleicht. Plus ein weiterer Vogel. Seht ihr dort im Hintergrund? Das war ein Stamm. Die haben ihn schon lange nicht mehr gesehen. Die halten sich doch eher ein wenig verborgen. Hier werden sie nicht mehr gesehen vorst recordeden. Wir haben jetzt den Herbst bald, aber jetzt sind schon andere Vögel hier. Wobei, das ist der Buchfink, Phaibus, ich weiss nicht wie er heisst, Distelfink, seht ihr ihn? Das ist ein ganz schöner, denn seine Farben sind so sehr speziell. Da sieht man auch nicht jeder, also ich finde, da ist er noch mal. Da sieht man noch einen Tag miteinander. Da. Oh, und er ist ganz ein Flinker. Wenn er die Position ständig wechselt, leichtfüssig, einen Eindruck macht er. Oh, da ist es, woher? Ich glaube, wir kommen wieder zurück, ich glaube, dass das Tor ist. Okay. Okay. Da köpte mir einen Einemalt. Okay. 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 That's my father. Okay. Okay. This is a cool day baby. Yeah. At the next day I'm going to leave two or three. Here. I'm going to go to the beach, I would like to drink. But maybe the Cesar is going to go to. Yeah. Maybe the Cesar is going to go to the beach. Maybe the Cesar is going to go to the beach. dass sie so durch ist und da weiss ich jetzt muss ich gar nicht mehr hinzukommen. Oder vielleicht wegen dem Wetter. Am Wetter werden sie sich sicher orientieren, aber vielleicht überschneidet sich das. Das weiss ich nicht. So, jetzt muss ich kurz ein bisschen reden, damit ich hier nicht stimme. Ich habe jetzt eigentlich genug Leute davon, jetzt könnte ich auch ohne Videokamera da vorne laufen. Das würde auch gehen. Aber ich glaube, ich würde trotzdem aufnehmen. Ich glaube, da hinten ist ein Trachtenfest. Ah, da fliegt es in Ordnung. Ah, nein. Stopp. Das kann ich einfach früher sehen. So, Kinder. Familie. Das ist gut. Ich kann vielleicht auch da vorne was, in der Natur wieder machen. Abonnieren wir einfach Topfone von der Natur. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020